I am the Jochenland, this is the Frühsport für Dienstag, den 28. Februar 2023. Schönen guten Morgen. Das wird ein muckeliger Fußballabend, wenn ihr Bock habt auf Wettbewerbe, die mal so ein bisschen abseits von Champions League und Bundesliga liegen. Da habe ich heute, glaube ich, einiges für euch im Angebot. Wir schauen auch gleich auf die Tabellen der großen europäischen Top-Ligen. Aber erstmal sammeln wir, was noch so außerhalb vom Fußball reingekommen ist. Ein paar Ergebnisse von gestern. Alexander Zverev hat mal wieder ein Tennismatch gewonnen, hat sich schwer getan gegen Jeschile Hetzka, aber hat dann doch in Dubai gewonnen. Sein Auftragmatch, herzlichen Glückwunsch dazu. Und die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat letztes WM-Quali-Spiel in Finnland gewonnen. Es war wurscht, weil beide schon qualifiziert sind für die WM, aber trotzdem immer wieder mal ganz nett, wenn man mal ein Spiel gewinnen kann. Das ist ja generell immer willkommen, würde ich mal sagen. Und dann habe ich noch zum Abschluss Ergebnisse vom, zum Abschluss des Rückblicks, vom Tischtennis im Angebot. Und zwar gab es den Europe Top 16 Cup am Wochenende in Montreux in der Schweiz, wo die 16 besten Europas am Start sind. Und da gab es deutsche Medaillen. Bei den Herren gewinnt Darko Jorgic aus Slowenien. Und er setzt sich im Finale gegen Dank U durch. Und Dimitri Rovciarov holt die Bronze-Medaille auf dem dritten Platz zusammen mit Liam Pitchford aus England. Also Silber und Bronze hier für die deutschen Tischtennis-Spieler. Und die Tischtennis-Spielerinnen, die haben noch einen draufgesetzt, nämlich Han Ying aus Deutschland. Die hat Gold gewonnen gegen Sofia Polkanova aus Österreich. Und Bronze geht hier an Nina Mittelham, Deutschland. Und Schaujeni Portugal. Das nur mal am Rande, um mal so ein bisschen das fallen zu lassen, das Tischtennis. Seid ihr bereit für den heutigen Abend? Fußball machen wir mal ganz am Schluss. Erstmal, was sonst noch so los ist. Erstmal am Nachmittag gibt es Ski. Nordische Ski-Wirmen geht weiter. Es gibt Langlauf-Rennen der Frauen-Freistil. Und zwar ab 12.30 Uhr aus Planica. Das Ganze live im ZDF und wahlweise auch live auf Eurosport 1 oder auf den bekannten jeweiligen Streams natürlich zu finden. Logisch. Dann geht es heute Abend Handball European League auf Bob the Zone zu sehen. Ja, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Die deutschen Teams sind sowieso schon weiter. Da geht es jetzt nur noch so ein bisschen um die Platzierung, aber auch nicht mehr so wirklich. Die Füchse Berlin haben ihre Gruppe bereits vorzeitig gewonnen. Spielen um 20.45 Uhr nochmal bei Acqua Santas. Dann haben wir aus deutscher Sicht Fensburg-Handewitt. Die haben ihre Gruppe auch schon sicher gewonnen. Spielen auch um 20.45 Uhr noch bei Ferenc Varos ihr letztes Spiel. Und frisch auf Göppingen. Die haben ihre Gruppe noch nicht gewonnen. Die könnten theoretisch, jetzt müsste ich gucken, Montpellier noch einholen, spielen gegen Montpellier. Also da geht es vielleicht noch um was um 18.45 Uhr. Aber letzten Endes ist es Makulatur. Wer da jetzt in welchem Platz belegt. Von daher, wer Handball gucken will, soll es tun. Aber es gibt heute Interessanteres. Das kann ich gleich sagen. Nämlich Fußball. Das haben wir eine schöne Mischung. Habe ich schon erwähnt. Tennis gibt es ab 11 Uhr aus Dubai wieder. Auf Sky Sport Tennis. Da dann eben heute unter anderem mit Herrn Djokovic, mit Herrn Medvedev, mit Herrn Ogier, Aljasim und wie sie alle heißen. Kravitz Pütz sind auch am Start. Also wer Lust hat auf Tennis, der wird heute bei Sky Tennis gut versorgt. So und dann gibt es die deutsche Eishockey-Liga. Das spitzt sich zu. Wir haben gestern einen Blick auf die Tabelle geworfen. Heute sieben Spiele um 19.30 Uhr. Alle am Block zu sehen auf Magenta Sport einzeln oder in der Konferenz. Augsburg-Mannheim, Düsseldorf-Schwenningen, München gegen Iserlohn, Ingolstadt gegen Wietigheim, Fischtown gegen die Eisbären, Löwen-Frankfurt gegen Kölner Haie und Nürnberg gegen Straubing. Das ist das Programm von heute. Und danach sind wir vielleicht schon ein bisschen klarer, was die Playoff-Plätze angeht. Fußball von gestern noch, Nachtrag. Jetzt gehen wir zum Fußball-Blog über. Mehr kommt nicht mehr. Wer keinen Fußball hören oder sehen will, kann jetzt eigentlich auch schon ausmachen. Aber bleibt noch ein bisschen dabei. Wir machen es uns nett beim Fußball. Gestern hat Freiburg in der dritten Liga gewonnen bei Viktoria Köln mit 3 zu 0. Das bringt die Freiburger weiter nach oben in Richtung Platz, also auf Platz 2. Ist letztendlich aber Wurst. Wir wissen es, die können nicht aufsteigen. So. In Italien gewinnt Lazio gegen Sampdoria mit 1 zu 0. Das ist wichtig. Sehen wir gleich in der Tabelle. Und Florenz gewinnt 3 zu 0 bei Hellas Verona. Und in Spanien wäre Real erfolgreich gegen Retaffe. Das waren die Ergebnisse von gestern. Und jetzt nehme ich euch mit auf die Reise in die Tabellen aus den großen europäischen Ligen. Augenblick. Da kommen wir wieder. Ihr kennt das von gestern. So. Da ist sie. Die wilde Fahrt. Und sie endet bei der Premier League. 13 Spiele sind es noch. Wir schauen uns jeweils jetzt die Top 10 an. Wir sehen in der Premier League Arsenal vor Manchester City. Zwei Punkte Vorsprung. Und das Sternchen hier bei Arsenal bedeutet ein Nachholspiel hat Arsenal noch. Könnte also im Siegfall das Ganze auf 5 Punkte ausbauen. Manchester United auch noch mit einem Nachholspiel. Aber auch jetzt schon 8 Punkte Rückstand auf Arsenal. Ob das mit dem Titel noch klappt, weiß ich nicht. Das L in Klammer dahinter heißt, die haben am Wochenende den Liga-Pokal gewonnen. Den EFL Cup gegen Newcastle. Das heißt, Conference League Qualifikation ist ihnen schon sicher. Aber wenn wir hier nach unten gucken, sehen wir, also da ist das Ziel sicherlich ein anderes. Da geht es wohl eher in Richtung Champions League. Was interessant ist denn, wenn sie in die Top 5 bleiben, dann fängt der 6. Platz an interessant zu werden. Momentan Fulham auf dem 6. Platz. Denn der ist im Moment noch kein Europapokalplatz. Aber wenn Manchester United als Europapokal teilnahmeberechtigte Mannschaft in den Top 5 landet, dann rutscht der 6. nach. Das kennen wir ja schon. So, also gehen wir zurück auf die Champions League Plätze. Da ist also United auf der 3. Tottenham auf der 4 jetzt. Newcastle auf der 5. Aber noch zwei Nachholspiele für Newcastle. Wenn sie die beide gewinnen, können sie vorbeigehen an Tottenham. Und sogar an United ranrutschen. Aber die spielen ja auch nochmal nachträglich. Also Fulham auf der 6. So, und jetzt kommen die großen Namen. Liverpool ist auf der 7. Hat noch zwei Nachholspiele. Wenn sie die beide gewinnen, gehen sie an Fulham vorbei. Aber an Newcastle werden sie damit wahrscheinlich auch nicht knacken können. Werden aber dann mit noch zwei Nachholsiegen immerhin drei Punkte hinter Tottenham. Also könnten nochmal mitmischen da oben. Aber der Weg ist lang. Brighton und Brentford auch noch mit einer ganzen Batzen an Nachholspielen. Dann ist die Frage, ob die allein schon Brighton könnte ja vorbeiziehen wieder an Liverpool. Es ist eine sehr, sehr krumme Tabelle. Chelsea kommt da unten jetzt auf der 10. Hat noch ein Nachholspiel. Das ist natürlich nicht so dolle, was die noch zu bieten haben. Die in den letzten Spielen ja doch ziemlich abgesackt sind, die Blues. Ob das noch reicht überhaupt für Europa, ist die ganz große Frage bei Chelsea. Müssen wir mal sehen im Laufe der nächsten Wochen. Aber generell diese Liga ja immer total zerflettert, weil die so viele Pokalwettbewerbe haben. Spanische Liga, da sieht die Tabelle schön glatt aus. 15 Spiele, das ist nur eine ganze Menge zu tun. Barcelona hat ja am Wochenende verloren in Almeria. Das heißt, Real Madrid hat diesen einen Punkt, den sie gegen Atletico geholt haben, genutzt, um wieder bis auf sieben Punkte zu verkürzen. Aber es bleiben trotzdem halt sieben Punkte. Beide auch noch im Pokalhalbfinale, treffen sie aufeinander. Und dann mit gehörigem Abstand auf Platz 3 und 4 Real Sociedad und Atletico. Real Sociedad verloren am Wochenende, Atletico ja nur unentschieden, wie schon erwähnt. Betis auf der 5, momentan auf Europa League Rang. Dann wieder eine Lücke und dann kommt hier so eine Pulk, von denen momentan einer für die Conference League sich qualifizieren würde. Vielleicht aber, wenn da oben einer von den beiden Großen den Pokal gewinnt, wird noch Platz 2 gegeben. Aber es könnte auch einer von den beiden Kleinen hier den Pokal gewinnen. Osasuna, Bilbao, die stehen im zweiten Halbfinale sich gegenüber. Davon wird einer ins Endspiel kommen und kann natürlich einfach direkt per Pokalsieg in die Europa League einziehen. Das wäre natürlich eine sehr elegante Lösung. Italien, fangen wir wieder an mit Napoli. Da sind sie und jetzt scrollen wir. Das muss ich, glaube ich, jetzt auch mal bald lassen mit den ganzen Punkten, die ich hier aufliste, bis irgendwann mal die Verfolger kommen. So, und da wird es dann interessant. Also Napoli geht durch. Die haben jetzt fast 18 Punkte Vorsprung und dahinter wird es aber jetzt hier mucklig. Inter Mailand 47, Milan auch 47, Lazio mit dem Sieg von gestern Abend 45, AS Roma 44, aber noch mit Nachholspiel. Die spielen nämlich heute Abend um 18.30 Uhr in Cremonese, wenn sie das gewinnen, live übrigens auf der Zone, wenn sie das gewinnen, haben sie auch 47 und dann wird das hier oben bei 47 Punkten total nett. Atalanta momentan auf Conference League Kurs mit 41 Punkten und dann kommt eine Lücke, dann kommt irgendwann Bologna dazwischen, dann kommt noch eine Lücke und dann sehen wir plötzlich die Turiner Klubs. Juventus und Torino, die Juventus haben mit dem riesen Punktabzug so weit runtergerutscht und die beiden treffen sich heute Abend auch im Derby. Juventus-Torin gegen Torino, 20.45 Uhr, auch das live auf der Zone zu sehen und da kann Juventus mit einem Sieg zumindest schon mal mit Bologna gleichziehen. Dann hätten sie langsam aber sicher wieder, hätten sie zumindest schon mal die Möglichkeit auf Platz 7, kann ja reichen, wenn einer von denen da oben, aber da ist nur noch Interpokal drin, Napoli ist ja auch schon raus, stimmt. Wenn Inter Pokalsieger wird, könnte es für Juventus, da könnte Inter als Pokalsieger Juventus dann noch in die europäischen Wettbewerbe spülen. Wäre auch irgendwie eine drollige Story. Und die Ligue 1 gucken wir nochmal kurz, PSG, am Wochenende haben sie alle für sie gespielt, sie selbst natürlich 3-0 gewonnen bei Marseille, das sehen wir hier unten drunter als ersten Verfolger, aber Monaco hat auch verloren auf der 3 liegend, von daher, ja, dann werden sie wohl doch wieder durchgehen wie Pariser. Lens auf der 4 momentan, Rennes auf der 5 und dann haben wir noch Lille, Nizza und dann so ein paar, ja, versprengte Namen, Lyon mittendrin. Ist ein Pokalviertelfinal, die könnten den Pokal auch gewinnen, muss man sagen. Heute Abend spielen sie nämlich, und da bringt es mich da gleich wieder, jetzt ist die Überleitung eigentlich, Rennes, naja gut, und was da noch? Aber heute Abend wird es tatsächlich interessant im französischen Pokal, im Coupe de France und damit sind wir beim Pokalprogramm für heute. Ich habe euch eine Menge versprochen, muss erstmal hier wieder alles abstellen. Das ist auf Tauern doch auch nichts, diese wilde Kamerareise hier. So, steht da wieder einigermaßen gut. Hi. Ja, schauen wir mal, was heute Abend los ist in Sachen Fußballpokale. Also fangen wir an mit Coupe de France, wo wir es gerade vorhin hatten. Da steht das Viertelfinale an, Olympique Lyon gegen Grenoble. Das gibt es um 21.10 Uhr live auf Magenta Sport und Magenta Sport Sport. Also wer kein Magenta Sport Abo hat, kann das Spiel heute Abend trotzdem frei Haus gucken. 21.10 Uhr, wer Bock hat auf Lyon gegen Grenoble. Serie A, die zwei Nachholspieler, habe ich schon erwähnt. 18.30 Uhr, Cremolese gegen Roma und 20.45 Uhr Juve gegen den FC Turin im Derby. Dann gibt es heute Abend eine große FA Cup Konferenz auf der Zone. Um 20.00 Uhr geht es los und die schalten vier Spiele, die alle wirklich im viertelstündigen Abstand voneinander beginnen. Das ist eine lustige Situation. 20.15 Uhr startet Stoke gegen Brighton. Dann um 20.30 Uhr Leicester gegen Blackburn. 20.45 Uhr Fulham gegen Leeds. Und um 20.60 Uhr gibt es dann Bristol gegen Manchester City als Topspiel des Abends. Und dann wird dieser gesamte Abend auslaufen. Das heißt, es ist auch immer, wenn man wo halbzeit ist, wird woanders noch gespielt. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme. Von 20.00 Uhr bis, ja, bis es rum ist. Also es könnte beim letzten Spiel auch noch Verlängerungen. Nee, kann es nicht geben, es ist der FA Cup. Ha, im ersten Spiel gibt es keine Verlängerung. Also von 20.00 Uhr geht es los und dann bis kurz vor 11.00 Uhr könnt ihr durchgucken, diese vier Spiele, wenn ihr Bock habt. Interessante Sache, das sollte man öfter machen bei Pokalen. Mag ich Pokalkonferenzen. Ihr wisst, ihr mag generell Konferenzen. Und mit vier Spielen ist eine gute Anzahl. Also wenn ihr Lust habt und der Zone habt, schaut heute Abend doch mal rein. DFB-Pokal der Frauen könnt ihr das auch tun. Da gibt es nämlich auch alle Spiele einzeln. Oder eine Konferenz um 18.00 Uhr, drei Partien. Köln gegen Wolfsburg. Spoiler, Wolfsburg wird gewinnen. Dann Jena gegen Freiburg und Leipzig gegen Essen. Und um 20.30 Uhr das Topspiel des Viertelfinals. Hoffenheim gegen die Bayern. Rinnen. Alles das auf Sky Sport. Sky Sport, nichts zu sehen. DFB-Pokal der Frauen heute komplett an einem Abend. Viertelfinale durchgekloppt. Nicht wie bei den Männern. In Achtelfinale über zwei Wochen gestreckt. Sondern ein Abend und die ganze Runde ist durch. Und das ist doch ein nettes Programm, finde ich. Mit englischem Pokal, französischem Pokal. DFB-Pokal Frauen. Italienische. Nachholspielung noch drin. Und Eishockey kann man sich nebenher vielleicht auch noch reinlegen. Wenn man mal Genta Sport hat. Ich habe es nicht. Wie ihr wisst, ich werde kein Eishockey sehen. Aber beim Fußball kann man schon mal, glaube ich, ganz gut hinher zappen heute. Wenn man das nicht möchte oder auch nicht kann. Weil man es vielleicht nicht empfangen kann. Schaut man morgen am besten wieder Frühsport. Ich erzähle euch dann alles, was gelaufen ist. Wie er weitergekommen ist. Und was ihr 11-0 verpasst habt. Oder auch nicht. So machen wir das. Viel Spaß beim Gucken heute. Danke fürs hierzuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Hier im Frühsport. Tschüss.